Wir erleben im 21. Jahrhundert wegen der Digitalisierung einen gesellschaftlichen Umbruch. Wir als Linke wollen auch einen Umbruch, aber einen digital-sozioökonomischen Umbruch, in dem Wohlstand und Bildung nicht ein Luxusgut für nur eine bestimmte Klasse oder Elite ist, sondern für alle, liebe Genossen und Genossen. Ich bin ein IT-Berater. Ich werde mich im Bereich der Digitalisierung, sprich der Netzpolitik sehr stark einbringen wollen und des Weiteren in der internationalen Politik. Daten sind die Rohdiamanten des 21. Jahrhunderts. Wem gehören die Daten? Wem gehören meine und eure Daten? Ja, meine Vision ist es, dass wir diese Währungsunion als eine soziale Union erst einmal gestalten und als eine friedliche Union gestalten. Selbstverständlich sagen wir ja zu Innovation, Fortschritt und große Errungenschaften. Sofern sie aber der Menschheit und der Gesellschaft, sprich allen, zugutekommen.